Hallo und herzlich willkommen zurück bei SCUMM. Ja, die Suche war erfolglos mit dem Reparatur-Kit fürs Auto. Das ärgert mich ein bisschen. Ganz gewaltig sogar. Aber jetzt spazieren wir wieder zurück Richtung hierher. Da haben wir unser Auto gefunden. Vielleicht hat sich da ja was hergespawnt, dass wir es reparieren können. Ups. Vielleicht ist das Auto auch schon gar nicht mehr da. Dass es weg ist einfach. Dass das weggespawnt ist. Kann sein, weiß ich nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Klar, ich bin jetzt wieder bei 100%. Doch das kam glaube ich durch dieses Weizenmehl, was wir hier genommen haben. Oh, was haben wir hier? Früchte suchen. Was ist denn das? Hagebutte? Hagebutte. Können wir einen Tee machen? Ja, voll gut. Ich habe hier noch ein bisschen Aloe Vera auf dem Weg eingesammelt. Ja, ansonsten hat sich da nicht viel getan. Da können wir uns doch bestimmt einen Tee brauen, oder? So. Machen wir nichts. So, wenn wir mal auf die Karte gucken. Ja, jetzt müssen wir gleich da sein. Da ist es doch schon, da drüben. So, nehmen wir mal ein bisschen die Beine in die Hand. Laufen zu unserem Auto. Ne, das ist zum Glück ist das noch da. Oh, guck mal da hinten. In der Ferne ist ein Hochstand. Ah, das wäre jetzt halt schon geil, wenn ich eine Reparatur-Kit hätte, gell? Aber wir gucken jetzt einfach hier nochmal. Weil es kann ja sein, dass hier ein paar Sachen gespawnt sind wieder, ne? Ey, was machst du da im Wald? Hä? Ey, warte, 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 warte. Alterle, wo habe ich meinen Hammer? Das ist so ein Ding, in dem Spiel, da muss ich besser aufpassen. Ich habe jetzt zwei Schaufeln. Das ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich meinen Vorschlaghammer weggeschmissen. Wieso habe ich zwei Schaufel? Wo ist mein Messer? Da unten habe ich eins, ganz klar. Boah, jetzt ärgere ich mich richtig. Ey, ist das Reparatur-Kit. Jetzt liegt da so ein Bix rum. Halt still. Das ist doch nicht wahr. Ne, da kann ich nichts nachgespawnt. Aber Zombies sind da. Das ist ja schon mal Hauptsache, gell? Ah Gott, ärgert mich das. Ach ja. So, in welchem Haus war man hier noch nicht? Ich glaube, wir waren in allen, gell? So, hier. Ah, hier waren wir noch nicht. Ja, waren wir voll hier, oder? Das habe ich dann nebengehoffen. Ist wurscht. Komische Geräusche. Jetzt habe ich echt meinen Vorschlaghammer weggeschmissen. Ist das doch wohl nicht wahr? Das ist ja... Oh, Alter. Oh, Alter. Ah, Steinchen brauche ich nicht. Ich habe Hunger immer noch. Ganz klar. Ah, es wäre halt cool, wenn wir das Auto ankriegen würden, aber da reicht die Power nicht. Ah, Johnny, was machst du denn? Ah, Johnny, was machst du denn? Guck mal, was das jetzt hier alles liegen lassen hat. Da ist einmal das Messer. Brauche ich meine Axt? Da ist die Axt. Okay. Packen wir mal wieder mit ran. So, jetzt komm. Johnny, streng dich an und mach die Karre an. Du bist doch gelernter Mechaniker, oder? Nee, gelernter Brandstifter. Die Batterie ist halt tot. Ah, das ist so kacke. Das funktioniert auch. Das finde ich sehr stark. Einsteigen, einsteigen. Muss ich da jetzt... Ah, hier, warte mal, warte mal. Verstauen. Ah, am Reifen muss ich gucken. Cool. Kann ich das Auto mit einpacken? Das wäre es ja. Nö. Test. Klapp mal das Auto auf. Open M. Ah, hier. Ja, das ist gar nicht so leicht immer. So. Mal hier. Das Tore geht mit rein. Das Packen geht mit rein. Hier so das ganze unnütze Zeug packen wir jetzt mal mit rein, was nicht mehr so IO ist. Hier, pass auf. Das geht 78% gut. 78%, gell? Hier die Hagebutte packen wir auch mit rein. Auf jeden Fall haben wir hier ordentlich Stauraum. Das lassen wir mal im Auto drinne. Dann ist das eigentlich auch ganz so schick. Ah, den Wein nehme ich mal mit. Für einen schlechten Tag. Das lasse ich da. Das lasse ich da. Und dieses Schießpulver. Und dieses Messer. Und dieses Rohr. Nö, will er nicht mehr dahin haben. So. Können wir das hier mal ein bisschen hochpacken. Siehste. Und gleich ganz anders. Hier, diese Sicherheitsnadel geht auch gleich mal mit rein. Der Schraubenzieher, den lasse ich jetzt auch mal da. So, die Patronen. Habe ich nicht die richtige Waffe für, lasse ich auch da. Ich hoffe ja nur, dass das Zeug nicht weg geht, ne? So. Perfekt, goodie. So, Johnny. Bete, dass das Auto hier immer noch weiterhin stehen bleibt. Gut, es wird stehen bleiben, weil wir sind in keinem PvP-Modus. Und wir laufen jetzt wieder Richtung Norden, hätte ich gesagt. Wo ist Norden? Da ist Norden. Alles klar, auf die Bahn mit Marzipan. Vor dem Sport mit Gurten. Und los geht's. Ja, wir haben Hunger. Immer noch. Mal wieder. So. Da habe ich meine Axt da liegen lassen. Mein Repair-Card-Set liegen lassen. Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Aber hilft ja nichts. Hier, Hagebutte. Frachtabwurf erfolgt in zwei Minuten. Oder es landet in zwei Minuten. Ja, dann hau raus. Wo denn? Das würde ich gerne mitnehmen. Hagebutte Tee. Schön mit sogar. Ähm. Und wo ist das? Sind das Flugzeuge? Ne, es sind Vögel. Gut. In zwei Minuten. Sieht man das auf der Karte? Können wir mal beobachten müssen. So ein Airdrop wahrscheinlich. Oh, hier nochmal. Hagebutte. Ich weiß, dass wir Hunger haben. Die Hage. Kann man das nicht drüber? Nein, das geht nicht. Das ist ein bisschen schade, dass die kleinsten Sachen leider nicht übereinander gelegt werden können. Also stacken. Oh, so heißt das. Ja. Das ist nochmal Hagebutte. Das lasse ich jetzt einfach mal Hagebutte sein. Oh, Schneelandschaft da hinten. Guck mal. Ah, ist das der Airdrop? Echt jetzt? Oh, da friere ich mir den Arsch ab. Da sterbe ich doch sofort. Aber wir wollen Richtung Norden, ne? Wir sind wieder auf Spur. Wir sind noch auf Kurs. Da ist noch ein Dorf. Ja, komm. Lass uns da mal hingehen. Vielleicht findet man ja da irgendwie nochmal so ein Reparaturkit oder sowas. In der Art. Weil ich denke mir, sowas am Gehöft eher zu finden, als jetzt irgendwo anders. Weil die Landwirte sind ja immer mechanisch begabt. Was richtig gut ist. Sonnenblumenkerne. Und Sonnenblumen. Oh, die haben den Acker schon bestellt, oder? Müssen wir mal drauf gucken. Oder täuscht das jetzt bloß vom Winkel her? Ich glaube, das täuscht vom Winkel her. Die Feder, lass mal Feder sein. Das sind hier Sonnenblumenkerne. Nee. Ja, voll schön. Da können wir unsere eigene kleine Sonnenblumenfarm machen. So ein Gürkchen wäre auch cool. Oh, nichts gefunden. Ja, lass mal gut sein. Oh, da ist ein Brunnen. Da können wir was trinken. Hm? Oh, da ist es. Oh, da ist es. Oh, da ist es. So, wie das mit der Toilette funktioniert, das muss ich auch mal herausfinden. So, passt auf, ich fange jetzt mal in dem Kleine an. In dem kleinen Häuschen. Ich bin am Verhungern. Ja, ist ja gut. Nee, ich will die vier. So. Oh, Kühlschrank. Bitte lass was drin sein. Nein! Ist das hier? Metallschrott und wieder zum Killed. Nee, lass mal. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Ja, kurz ausruhen. Nee, nee, nee. Eine Weihnachtsmütze. Nehmen wir mit, für Weihnachten. So. So. Gastbudel. Hier sind eine Metallsegel. Jo, pack mal da hin. Da wollte ich es hinhaben. Die Kisten kann man doch durchsuchen. Nicht ein wenig sprachlos. Was hast du denn hier? Ein Stück Gummi. Nimmt er. Nimmt er nicht mehr mit. Nimmt er nicht mehr mit. So. Kleiner Augeblick bitte. Da bin ich wieder wagenkleider Schnitt. Hab mal wieder einen Anruf bekommen. Aber geht gleich weiter. So. War mir jetzt oben? Nee, gell? Oben? Gibt's hier oben? Nee, hier gibt's kein oben. So. Doch, hier gibt's nur oben. Ich climb auf. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir hier oben waren. Auf jeden Fall haben wir immer noch Hunger. Ups, das ist ja. So. Schauen wir mal. Ja, hier muss es doch was geben, oder? So. Ja, Aufnahme läuft wieder. Ja, nochmal gucken. Oh, was haben wir hier? Haufen Nägel. Sehr geil. Freut mich. So, kann man das hier aufeinander packen? Das hatte ich doch auch schon mal. Oder hatte ich das liegen gelassen? Nee, das haben wir. Hier nochmal so eine Zange. Komm. Doppelt hält besser. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, bitte lass hier irgendwo ein paar Frissalien sein. Was hast du denn hier? Spatenschaufel. Oh, die passt nicht rein. Das hier. Hm. Ja, gut. Nicht? Ja, nochmal das Fass gucken. Nichts drin. Jetzt hier fix. Da muss doch jetzt irgendwo was sein. Oh, hier geht es auch nochmal hoch. So. Oh, eine Truhe. Oh, da muss doch was drin sein. Ähm, okay. Eine gewöhnliche Kappe, wie man sie bei Baseballspielen trägt. Aha. Oh, da ist noch was. Da ist nichts mehr drin. So was. Ah, schade. Ah, schade, schade, schade. Ich habe gedacht, die haben mal so ein Reparatur-Kit. Aber da drüben sind auch nochmal Häuser. So. Eine Birke. Boah. Ha, 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 ha. Idyllisch wieder da rüber-jumpt. So, gehen wir nochmal da rüber. Da ist auch nochmal ein Brunnen. Na komm. Laufen wir ein bisschen schneller. Die Ausdauerhammer. Oh, was ist denn das für ein Feld? Was wird nicht angebaut? Oh, da kann ich hier was suchen. Nee. Ah, schade. Ich dachte, da wäre jetzt was zum Knabbern. Ja, ich weiß, dass ich am Verhungern bin. Ich bin ja schon auf der Suche. Was ist denn hier? Ist das so ein Honig? Äh, so eine Honig-Box? Nee, das ist ein Gatter. Feder. Was ist da noch drin? Nee, hier sind nur Federn drin, ne? Entspann dich mal mit dem Laufen. Ganz ruhig. Hat er hier was drin? Nur Federn war. Oh, was ist das denn hier? Fishing-Floater-Pack. Müsst du mal mit. Was wir haben, weil wir fahren ja auch mal in den Süden. Wollen wir dann auch mal zum Angeln kommen, hoffe ich. Ich hoffe, dass wir so weit kommen. Nicht, dass wir sterben. Federn. Federn. Nee, die wollen wir nicht. Da oben gehe ich jetzt nicht mehr hin. Da werden auch bloß Federn drin sein. So, was hast du da? Schon wieder so ein Handy. Was kann man mit einem Handy anfangen? In einer ostapokalyptischen Welt. Schrott will ich nicht aufnehmen. Noch nicht. Da habe ich das Joggen bis erlaubt. Da ist wieder nur Schrotte. Da ist nichts drin. Hier das Fass. Oh, halt. Oh, wow, 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 wow. Ah! Alter, da gibt's da Schelle mit der Schaufel, Alter. Und zack. Alter, geleck. Oh, unsere Gesundheit ist auch nicht gerade die beste mehr, gell? Noch 78%. Oh, ich bin viel zu unvorsichtig gerade gewesen. So. Da geht's auch wieder hoch. Die Kiste habe ich jetzt noch nicht geguckt. Da unten, glaube ich. Ah, da könnte man nochmal pennen. Oh, was ist das denn hier? Eine Regenjacke. Die nehmen wir mal mit, hm? Wie groß ist die? Wie viele Taschen kriege ich da? Oh, eine Gurke. Oh, Essen. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie gut die noch war. Box of Nails. Okay. Kann ich die Nägel dann da reinpacken? Nee. Schade, geht nicht. Hey. Geh da um rein. Jo. Ah ja, so ein Schloss. Brauche ich doch nicht. Erst einmal. So. Warte mal. Da war mal, da war mal, da war mal. Hier müssen wir noch hin. Die vier würde ich gerne mal ausrüsten, weil das Messer, oder dieses Hackeball, ist ganz schön gut. Zwei Schläge und die sind down, ne? Hm. Oh. Kleine Werkzeugkiste. Kiste mit verschiedenen Werkzeugen. Eignet sich zum Reparatieren. Schade für mich auch nicht. Okay. Okay. Kann ich damit, ähm, sag schon, ähm, das Auto reparieren. Ein paar Gummistiefel. Da ist nichts mehr drinne. Was ist denn da? Ein paar Gummistiefel. Papier, zack. Habe ich das so angeordnet? Ich weiß das schon gar nicht mehr. So, wo habe ich denn noch Platz? Da habe ich noch Platz. Oh, im Regenmantel habe ich noch Platz. Rest. No. Oh, was ist denn das? Eine Lupe. Ja, genau. Die braucht so viel Platz. Hahaha. Das ist natürlich schon heftig, gell? Hey, hey, hey. So, da oben wäre noch was. Da ist nochmal so ein kleines Gewächshaus. Das ist auch nochmal. Gehen wir erstmal hier zu diesem kleinen, äh, das sieht aus wie ein Gewächshaus. Müssen wir nochmal gucken. Oh ja, suchen. Was ist das denn hier? Nichts. Auch nichts. Ah, ah, ah. Oh, was ist denn das? Eine Kartoffel. Ja, essen. Komm. Ist zwar roh, aber... Scheiß, was ist der Hund drauf? Äh, ohne Witz. Ein weiteres Messer. Cool. Kartoffeln nehmen wir mal mit. Oh, was hast du hier? Das sieht aus wie Gurken. Oh ja, hundertprozentige Gurke. Essen. Und eine für auf dem Weg, oder? Oh ja. Ähm, wo kann ich die noch mit hinpacken? Ähm. Pass auf, wir nehmen eine Sonnenblume raus und eine Gurke rein. Ja, perfekt. Mal so ein bisschen den Blick in die Ferne schweifen lassen. Ob da was ist. Gehen wir mal da rüber. Zu dem Haus. Was ist denn das für ein Haus? Habe ich noch meine... Habe ich noch meine... Ne. Ich würde gerne... Da habe ich Pfeil und Bogen. Warte mal. Ey, wo habe ich jetzt meine... Ist die kaputt? Da, 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 da. Alter, wo habe ich jetzt meine Hackebeil? Habe ich das schon wieder irgendwo liegen lassen? Also das muss ich echt üben. Das muss ich echt nochmal üben. So, nehme ich das Hackebeil. So, schauen wir mal hier rein. So, Mäus miteinander. Ist hier einer? Ne, will ich nicht. Will ich auch nicht. Habe ich schon genug? Haben wir schon durchsucht? Haben wir schon. Mh-hmmm. Traum mal nicht. Also vorerst. Du rennst mir gerade ein bisschen zu hektisch. Was ist denn nichts drin? Kühlschrank. Bitte lass was drin sein. Ach, Gottchen. Du musst dringend urinieren. Ähm. Stoffwechsel? Wie kann ich das machen? Oh, ich bin schon drüber. Ähm. Äh, sorry. Da muss ich jetzt nochmal reingucken. Ähm. Option. Steuerung. Dive up, down, space, c. Äh, Kampf, Schlag, Tritt, blocken. Voriges Ziel wählen. So, was hast du denn hier? Was muss ich denn da drücken? Kann ich denn da drücken. Fahrzeuge, Modi? Äh, da, 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 da. Left, als, umsehen, okay. Mhm. Interagieren, Charakter, Menüs, Tab, okay. Kampfmodus, Schnellzugriff. Ähm. Wo haben wir das denn hier? Das machen wir mal. Beaselgun. Schauerfinger. Schaufinger. Ach so, das ist okay. Das ist nichts. Start. So, das sind diese Gesten. Military Commands. Freeze, hurry up, bam, bam, bam. Ja, wie mache ich denn das? So. Wie kann ich denn da jetzt mal bieseln? So, schaut er aus. Was haben wir jetzt rausgekriegt? Ja. Ähm. P für Pi? Ne, ja. Das war die Karte. Ja, 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 ja. Ich merke schon, ich merke schon. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Squads. Journey. Äh, Blueprints. Tutorial. Das wäre jetzt halt cool, wenn man da wüsste, wie man da auf Toilette geht. Event mäßig. Nö, möchte ich nicht. Stoffwechsel. Nur mach. Also von mir aus kann ich jetzt eigentlich loslegen. Wie sie neigen. Ja. Ne, das war wieder dieses Teamchatten. Oh, das war werfen. Das möchte ich gar nicht. Nehmen wir die Axt wieder auf. Pff. Ja. Habt ihr schon die Hose gemacht? Ne, ne? Ne. Ähm. Ja gut, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier folgendes Ende. Und ich gucke mal, wie man da bieseln kann. Also ich bedanke mich viel. Recht herzlichen Dank bei euch. Oder ich bedanke mich ganz toll bei euch fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's es gut. Vielen Dank.